Kaia und ich waren schon immer viel unterwegs und haben dabei auch viel Neues entdeckt. Weil wir unsere Erlebnisse teilen wollten, ist dann zuerst der Blog und dann die jetzige Webseite entstanden. Viele grossartige Partner sind dazu gestossen und machen diese Seite zum Erlebnis für die ganze Schweiz. Über 500'000 Gäste haben uns in einem Jahr besucht und das zeigt, dass die Nachfrage da ist und das Interesse gross. Es ging aber noch viel, viel besser. H& soll persönlicher werden, damit auch ihr eure Erfahrungen, Wanderungen und Erlebnisse mit euren Ideen stellen könnt. Nur gemeinsam können wir weiter wachsen und aus H& eine nützliche und informative Seite für alle Hundefreunde gestalten. Auch eure persönlichen Beiträge und Blogs sowie selber gemachte Produkte, Videos und Veranstaltungen sollen dann Platz darauf finden. Leider ist der technische und finanzielle Aufwand für dieses Projekt zu hoch für H&. Gemeinsam können wir neue Ziele erreichen und es wäre natürlich schön, wenn wir die Webseite weiterführen können. Vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung.